Hi, jetzt film ich auch selber. Ich bin selber von zwei Seiten. Ja, wir sind hier in der großen Klashalle am Freitag auf der LPM 2015. Wui, 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 wui. Ich bin echt. Und, ja, aber mal gucken, was denn das alles noch so kommt. Äh, ja. Tobi, sag was in die Kamera. Äh, äh. Marine. Marine, äh. Orange. Orange, äh. Katana. Ah, Katana, äh. ZDF, äh. Schleichwerbung. Tobi, weiß ich nicht. Nee. Ja, hier seht ihr das Verarschungs-Samsense. Sagt er. Das ist, das ist das Fernsehen, wo sie sich gegenseitig in der Gauten kamen. So. Wir aufen mit einer Zivilperson her. Und wir müssen nicht hin, wir haben einen Mario, wir haben einen Luigi. Äh. Wo ist Gosutubi? Gosutubi haut ab. So. Ja, man kreist das. Schön recht groß und warm vor allem. Was sollst du da? Hier ist das da. 5.30 Uhr. Was ist da? Okay. Kassen. Wann ist das? 15.30 Uhr. Ja, ich wollte jetzt schon da sein, weil ich habe schon die Erform gemacht, wo ich so angriffen war, da durfte ich mich nicht mehr mit anstellen. Oh. Ja. Und ich müsste gern drei Gruppe sein. Weil... Okay. Ja. Eddie, ich werde es dann mal langsam mal zur Glashalle, äh, zur Halle 1 gehen. Hallo. Hallo. Hier, guck mal. Leute. Wir werden das Video jetzt in zwei schneiden. Eine wieder links, eine rechts. Mal gucken, wie der jetzt ansteht. Gehen wir jetzt Halle 1, oder? Vor allem beides, beide von der gleichen Firma. Sony, Sony. Ist gut, da kann ich mich festhalten. Ja. Andere Richtung 1. Guck mal. Wir sind so langweilig drauf. Wir haben nichts anderes zu tun, als die Kamera des Anderen zu füllen. Klatschen. Wofür? Wow. Wir gehen jetzt hier durch. Hier stehen sie an. Voll ist das heute. Voll. Mann, Alter. Was heißt voll? Wo ist denn Max? Ja, der will das sein, äh, auf der Baumschule noch. Oh! Ihr seht, hab ich was gefunden. Das gibt es nicht. Kastebeatz. before… Kastebeatz. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Oder wenn nicht, dann lasst es mich wissen. Unten in die Kommentare einfach posten, was euch gefallen hat. Ob ihr euch gefunden habt im Video und wie euch der LBM gefallen hat. Ob ihr sagt, die Böder waren gut oder ob ihr sagt, das macht die Böder besser. Wie geil. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben. Wird mich sehr freuen. Oder auch einen Kommentar. Ja, und hier kommt ihr auf das Video von Eddy. Hier unten kommt ihr auf das Video von Nerdactive. Auch super geil. Also wirklich Eddy super, super, super Sache. Super gemacht. Und auch Nerdactive super, super Sache. Ja, und dann haben wir hier natürlich noch ein bisschen weitere Videos. Oder wird es noch ein bisschen folgen, was ihr hier oben in die Osten bestimmt noch sehen könnt. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ja, wir werden sehen, ob ich dann noch ein Video einbauer oder nicht. Ansonsten, wie gesagt, auf zwei Videos könnt ihr klicken. Wollt ihr mich sehr freuen, wenn ihr mich wirklich verhäuft. Oder irgendwie wirklich mal vorbeischaut. Und ja, unten in der Infobeschreibung findet ihr dann noch noch die Cosplay-Seite. Weil, ja, meine Cosplay-Seite, wo ihr dann auch noch die ganz anderen Cosplayer findet. Vielen Dank nochmal an alle, die wirklich mitgemacht haben. Danke für die Erlaubnis, dass ich eure Bilder posten durfte ins Video. Also, falls jetzt jemand das Video doch ein Bild nicht mehr haben will, ja, es ist dann also zu spät. Also, Video ist oben. Ja, wie gesagt, aber ich habe es natürlich schon geknipst. Ich bin ja auch eigentlich immer. Ja, von daher... Ja, von daher, macht's gut, Leute, und bis dann. Tschüss.